Moinsen, Videospielkaot hier. Im Hintergrund seht ihr Assassin's Creed 4 Black Flag. Und zwar wie ich einen Attentat verübe. Ist ein relativ kurzes Video, soll auch nur als Lückenfüller dienen, weil ich jetzt momentan meine ganzen Payday-Videos rendere. Und da die relativ groß sind und ich sie erstmal in ein kleineres Format formatieren muss, konvertieren, egal, dauert das halt ein bisschen und deswegen kommt heute nur dieses kleine Assassin's Creed Video raus und spätestens Montag, aber ich schätze mal morgen, werde ich dann meinen nächsten Payday-Coup hochladen. Und da habe ich jetzt nämlich schon richtig schön viele Videos produziert. Es ist auch ein neues DLC rausgekommen, was ich mir geholt habe und das werde ich euch dann die nächsten Tage präsentieren, nach und nach. So, hier habe ich mir gerade so ein paar Nutten geholt. Ja, Nutten, kommen ja so zusammen. So, und die geben mir halt Deckel, dass ich nicht so auffalle, aber naja, die werden halt nach und nach so beschäftigt sein mit den ganzen Wachleuten. Aber es hat auch gerade so gereicht, um mich hier zu verstecken. Und, ähm, ja, die tanzt da jetzt ein bisschen rum, der Typ sieht mich, fast. Und da ist mein Opfer und, ja, den steche ich jetzt ab. Gott, der pisst da hin, oder? Scheiße, das ist eklig. Na gut, ich verabschiede mich an dieser Stelle und man sieht sich die Tage. Bis denn. 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 Bis denn.